Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Und heute heißt es Winter Trials. Erneut jeden Tag eine Challenge, jeden Tag geht es um 2.000 Dollar. Plus zum Schluss nochmal den Gewinn von mindestens 14.000, also höchstens 14.000 Dollar on top. Ich spiel mit der Nico. Der Nico, was geht? Was geht, was geht? Wir sind gerade erster Platz. Die ersten beiden Tage haben wir die Challenges gewonnen. Erster Platz mit 10 Punkten, 4 Punkte Abstand zum zweiten und dritten Platz. Das ist sehr krass. Und heutige Challenge ist, wir müssen zu den NPCs, zu den Bots und so viele Challenges wie möglich machen. Wir dürfen nicht unser Gold benutzen, was wir vorher schon hatten. Und Nico hat mal ausgerechnet, man könnte so pro Runde sogar über 10 Challenges machen. Ich glaube da nicht so ganz dran. Nichtsdestotrotz, wir probieren unser Bestes, dass wir heute wieder erster Platz werden. Wenn das stattfindet, das wäre so krank. Leute, falls ihr noch kein Abonnent seid, gerne einen Follow da lassen und natürlich den Creator Code auch mal eintragen. Kuss geht raus. Vielen Dank für den Support. Abfahrt. Also, wir müssen von den NPCs, das heißt von den Bots, müssen wir Aufgaben machen. Nicht Upgrade Weapon. Also, das ist das Einzige, was nicht zählt, weil dann könnte man ja das Gold, was man vorher schon hatte. Guck mal, er hat ja zum Beispiel 1300 Gold. Einfach die ganze Zeit Waffen upgraden. So, und dann hast du halt irgendwie 15 Challenges gemacht. Das darfst du nicht, sondern nur mit dem arbeiten, was du hast. Alter, so gut, ne? Bei mir ist Craggy keiner und Aqua Island auch nicht. Na, ich muss das mal nicht. Obwohl, ich müsste doch eigentlich meinen hier getaggt bekommen, oder? Oder mal zerstöre Toiletten. Wo sind denn hier Toiletten? Wo sind Aqua Islands Toiletten, weißt du das? Äh, bei einem Haus steht Toiletten rum. Oh, meine Targets wurden gekillt instant. Let's go. Also, meine Targets werden auch Gold, weil da push ich nicht hin. Ja, ja. Nice, Auftrag eliminiert. Oh mein Gott, so wichtig. Ey, ich hab schon zwei Aufträge. Ich hab schon zwei Aufträge. Boah, Craggy sind zwei Bots. Einmal Aqua Island und einmal Dings. Und einmal, äh, bei Craggy selbst. Zwei sind sogar in Craggy. Ich kann jetzt bei mir richtig Kitschel-Docker machen. Ich hab alle dead bei mir. Also, ich musste sie jetzt killen, weil sonst wäre es kacke gewesen. Oh mein Gott, Auftrag schon wieder eliminiert. Nice. Drei. Was ist das, Digga? Was ist dieses Orkert? Orkert? Ja, kann ich dir das an? Ah, das wird mir angezeigt, das wird mir angezeigt. Ich bin genau an dem Punkt, wo die Kiste sein soll. Lol, er hat gar keine Aufgaben, der Bastard. Was ist das, Mad-Kids oder Bandagen? Weißt du was? Digga, ich muss eigentlich, was so Orkert ist. Hier stecke ich dich in einem Heuer-Often. Ey, warte, warte mal, hä? Ich hab Mad-Kid-Queues, aber hä? Warum hab ich die Aufgabe nicht bekommen? Oh mein Gott. 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 Hä, warum sweatet der so? Wo ist ein Heuer-Bald? Hast du einen gefunden? Nee. Aber ich muss auch einen zerstören. Was ein Knecht, Mann. What the fuck? Ich hab den Heuer-Bald zerstört, ich krieg keine Punkte. Hä? Ähm, du hast ja diese Aufgaben mit den Toiletten am Anfang angenommen und du musst die erst nur von den anderen Aufgaben zählen. Hä? Also du hast ja nur einen, bis ihr zerstört und du musst erst alle zerstören, bis die anderen Aufgaben zählen. Aber da steht Auftrag angenommen. Ja, aber irgendeine, also keine Ahnung, hat, ich hab gesagt, oder ich hab ja auch gesagt. Kann's nicht sein. Also wenn das so ist, ne, dann kotze ich so im Strall. Was denn? Ich geh der zur Runde jetzt. Ja, gern, ja. Ich geh der andere Shop, gar nicht, hab keine. Oh mein... Oh, äh! Es zählen anscheinend nur die Kills, weil ich die Toiletten nicht kaputt gemacht hab, Chat. Alle anderen Aufgaben, die ich gemacht habe, zählen nicht. Das ist komplett wack. Aber das ist die Regel. Also wenn du's... Ich störe einen Heuballen, verstecke dich. Verstecke dich. Ja, mach einfach verstecken, mach einfach verstecken. Ja. Ja. Nein. Ja, jetzt hast du wasted. Du kannst den jetzt nicht mehr benutzen. Egal, wir gehen den Heuballen. Oh. Der ist weg. Der ist weg. Oh, Mann. Hä? Egal, warum hitte ich's dir auch an, Mann? Du bist so ein Knecht, ich schwöre. Er ist der Beste. Sorry, dass ich gegen dich fighte, Bro. Das ist halt so cringe jetzt, ne? Ich schwöre, das ist cringe. Ja, natürlich hat er alles. Schön. Kannst direkt noch ne Fälle holen. Misskill. Weiß nicht. Halt. Oh, da ist einer. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ja, hast du abgehört? Schön. Dann noch nen Auftrag annehmen. Suche Kolosseum. Ja, dann musst du nur close den jetzt. Büge beim Obstgarten. Ne, 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 ne. Hast du Kolosseum angenommen? Ja, ja, ja. Ich suche Truhen. Ich suche Truhen. Drei Stück wahrscheinlich, die sind immer Main. Ja, weil das ist ja schon gelootet, ne? Muss ich die aufmachen oder kann ich die auch pickaxen? Ne, aufmachen. Mach's sicher. Eine von? Drei. Eine von drei. Okay. Aber direkt noch eine, let's go. Schaden an Fahrzeugen bei Gegnern. Sammle, was? Sammle Stein. Und tanker ein Fahrzeug. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. What the fuck, ich brauch eine chest. Bitte, bitte, bitte. Die ist ja viel, viel besser, diese Klicks. Äh, Dingsfrau. Ich mach, ich mach Auto. Danach direkt Stein. Oh, Digger, fuck mich doch nicht ab. Scheiße, Richtig. Ich bin tot, Mann. Digger, weil der Typ nerven musste gar. Ich heule gleich. Oh Gott, warum landet da einer ein Publikum, ist das? Schön. Lieber ein Team mit Nutze, Bandagen oder Matkit. Ey, was ist das für ne Buggy-Scheiße, Bro. Was steht denn mein Dings? Deine Aufgabe. Na jetzt. Jetzt hast du's, jetzt hast du's. Der drei musstest du wieder. Aber das stand da nicht, dieser Progress, weißt du? Let's go. Und jetzt gleich musst du einfach quasi Äpfel aufsammeln. Also nicht essen, sondern aufsammeln. Alle Konditionen mit ihren Gegner. Esst Chilis. Ja, also hinter dir ist auch noch die ganzen Obstinger verkleidigte, ne? Also in dem Haus großen. Hätte Stelle, äh, Stelle, Tradition wieder her oder so machen können. Ja. Ja. Kann auch nicht viel Calls, Junge. Komm schon. Oh, den Apfel rein. Reiche sowohl 100 Konditionen als auch Schilde. Und fertig. Überlebe Sturmphasen. Was ist das? Im Sturm einmal kurz chillen. Glaube ich. Ey. Mach mehr, Mann. Mach mehr, Mann. Mach mehr, Mann. Doch, das muss es sein. Was soll das Sturm von sonst sein? Keine Ahnung. Du kannst eigentlich vorbeigehen. Wenn du die Hoffnung vielleicht bekommst, dann bekommst du sie. Du brauchst uns vorstür dich nicht mehr. Digga, mein Typ soll mal sterben. Der ist voll in der Zone. What the fuck? Ist der Bot hier? Ey. So, von den Zaun kam mir geschafft. Ey. Drei Phasen muss ich überleben, Bro. Drei Phasen. Schön, war aber nicht dagegen. Aber du hast jetzt metzt. War näher, Mann. Bist du auch nicht dagegen, Mann? Ja. Ja, boin. Ist das so, Mann? Schön. Was soll ich sagen? Zoom up. Was denn? Du hast jetzt gar nicht, oder? Du kennst dich. Du bist ein bisschen kleiner. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, du hast jetzt zwölf. Wenn du den Kill noch holst, hast du schon 13, Bro. Das ist so cool, dass du machst. Ja, es ist 13. Kann ich noch den Bot holen? Ey, na? Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Oh mein Gott. Holy shit. Was war das denn? Wann kann ich sowas? Diesmal kann Nash sagen, was ich will. Ich hab 13 mitgezählt. Alle. Ich hab jeden Einzelnen mitgezählt, Jungs. Bis da oben was auch getroffen ist. Oh mein Gott. Was war das denn? Pff. Oh mein Gott. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017